Die musste mich dann, da war er doch angehittet und wir haben es nicht gemerkt. Okay, sie ist nicht hinter dir her. Ich komme zu dir. Die macht lieber erstmal einen Haken anstatt mich zu heilen. Läuft bei ihm. Ah, sehr schön. John. Sie gehört. Sie will aber nicht durch, oder? Doch. Aua. Komm doch gerade. Ach, Tiki! Danke für dein Haus, meine Liebe. Willkommen an dich und deine Leute. Wie geht's dir? Aua. Hä? Die ist blutig, wenn ich das richtig sehe. Jupp, die ist vollpustig. Äh, vollpustig, genau. Ach so. Wow. Alter. Ja, kannst du knicken. Die ist so... Die hat Erregung drin, auf jeden Fall. Mhm. Vorsicht. Ja, ich kann auch nicht mehr runterholen, das ist das Problem. Ich habe keinen Borrowtime mehr. Erstmal weg hier. Ich habe Zeit, ich hänge zum ersten Mal. Da ist sie. Ich sehe sie noch. Ich komme doch immer wieder zurück. Mhm. Jetzt habe ich keinen Sound mehr. Sie kommt jetzt auch mal wieder zurück. Mhm. Ja, ich sehe sie von ihrem relativ gut. Ja, ein Random steht hier hinter mir noch. Ja, ich sehe es. Ich sehe es, ich sehe es, den hat sie eben auch versucht zu hitten. Random. Wow. Ja, g, 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 g to the fucking g. Nice gefarmt. Mhm. Bisschen. Okay, sie ist hinter dir weg. Okay. Wow. Ich bleib halt hängen. Nach rechts weg, rechts weg, rechts weg. Von dir rechts oder von mir aus rechts? Von dir rechts. Ich bin, ich versuche... Nice. Danke. Ups, Entschuldigung. Danke. Sorry. Alles gut. Da ist ein Haken. Geh weg. Ich bin tot. Geh weg. Ich bin tot. Geh weg. Äh, geh weg. Ich dachte, ich probiere es wenigstens. Sorry. Alles gut. Du bist ja nicht dran schuld. Du hast mich ja nicht abgefarmt. Ach, ich mache sogar einen Deepbip. ich hab's doch gehört erregung 3 tüftler 2 fluch wegen liegt der jägerin ja fluch nervenkitzel der jagd als addons blumenkopftuch verringert deutlich die vorbereitungszeit des beils und verringert leicht den cooldown zwischen beilwürfen ok das heißt wenn sie dich mit der axe mit der axe abwürft am haken nicht abhängen weil sie sich instant grabben kann das hat man ja das letzte ball wenn ich mich da mal recht entsinne ah da ist es WHIPS aber danke für den osticky noch mal beim die jute schweizerin ist da gewesen gewesen ist glaube ich schon wieder raus aber der zweite tod ich muss ehrlich fragen er sagen ich frage mich warum die leute die zeit so stark mitnehmen ich finde den total useless also ich kann auch nicht nutzen erst mal komme ich so nicht klar mit dem skill check das punkt 1 zweites muffin ist ja nervig ich habe den einmal mitgenommen weil ich den brauchte für der gerogenschaft lori aber danach scheiß drauf sie ist nicht bei der random lori sie kommt zu dir ich will mit dir kuscheln ich höre es ach was mach keine sachen auch gott fail vom feinsten ja was hast du mit deinem ich äh alter häng mich auf und gut ist die kiste mann wenn das einer ist den wir kennen der soll mich einfach aufhängen ich habe keinen bock auf diese scheiße rumliegen rei den blödsinn muss ich mir nicht geben jetzt mal ganz ehrlich ja häng mich auf los mach schon du pfeife ich kenne aber niemanden der prestigetrei händler ist jemand den du kennst ja ich guck mal danach mit spieler wow endlich ist mir auf hat ja lang genug dauert ja hätte ich besparen können ich weiß nicht wie der killer ist keine ahnung aber es könnte ist das anubis das ist anubis ne sich das richtig wer der killer moment wow ja alles klar dem folge ich übrigens ok ist ein amerikanischer dude ja komm mach hin wenn du bist sie zu jetzt oh gott ey komm ich geh schon mal in den keller mann ey häng mich auf und gut ist er streamt übrigens auch by the way okay 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 next farming confirm ja super gg würde ich sagen ne ja so dann gucken wir doch mal ob wir hier einen anubis finden der dbd's ja da ist nur anubis ohne irgendwelche zusätze da Was wartet der da oben? Oh, hier sind die Hedge. Was macht der denn da? Wo? Oh, er hat sich neue Beine geholt. Achso, er hatte keine Beine mehr, ach guck an. Müsste eigentlich der Anubis sein, den ich kenne. Ah, ich such grad nach jemanden, der gerade dbd streamt. Äh, der ist aus Montreal, meine ich. Kann aber auch sein, dass er gerade nicht streamt. Okay, dass das dann doch nur so lange geht, das Game hätte ich jetzt nicht gedacht. Der dürfte dich kennen. Geh ich aber von raus. Müsste mich theoretisch eigentlich fast hören. Ah, da hinten ist er, okay. Was hat der eigentlich für Perks drin? Äh, hatte ich hier schon gemeint. Ach, keine richtige Erregung, genau. Tiftler 2. Ah, Wiegenlied und... Nervenkitzel 2 und dann eben die beiden Addons. Alles klar. Ja, ich hab das nicht mehr im Kopf, Entschuldigung. Alles gut, dafür brauchst du dich doch nicht zu entschuldigen. Ja, ich hab das nicht zu entschuldigen. Ich bin einfach zu blöd, den Namen zu finden. Anubis, guck doch einfach mal so, wie es da steht. Brauchst doch nur gucken, wie der Name hier bei Twitcher, äh, bei Steam heißt. Ist schon klar. Und Hallöchen, Jill. Auch an dich einen schönen Dienstag. Wieso leckt das denn jetzt? Wollen wir mal so. Ah, da hinten ist er. Okay. Ja, das kann gut sein. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich ihn mal kriege. Wenn er das ist. Also, wie der spielt, müsst ihr dich zumindest kennen. Vergiss es, Anubis. Okay. 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 Okay, da ist er. WHAT? Wie hat der mich denn jetzt über die Pray delos getroffen? Wie geht das denn? Ja, es sind sogar noch zwei Plätze frei. Alter, der trifft aber auch wirklich alles, ne? Guck dir das an. Egal wie der wirft, der trifft. Ungenoblich. Wow. Guck dir das an. Der hätt mich eigentlich schon aufhängen können. Drei, viermal hättet er dich schon aufhängen können. Tiefst als.